Ich glaube so bin ich fertig. Wo baue ich das denn hin? Da wo Pip die Kuh eingezäunt hat. Die eine Kuh. Die kann's ja hier freilassen, wir haben hier so viele Kühe. Nein, 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 die bleibt da drin. Weil hier wo du die Brücke hingemacht hast, direkt vor unserem Haus. Also nicht die hässliche, sondern die gute. Ich meine aber die hässliche. Ja, ich weiß. Aber bei der guten, da müssen wir auch noch was hin machen. Also wir können hier einfach die Brücke hin. Auf die andere Seite, ja, ja. Da irgendwie auch noch so ein kleines Häuschen bauen oder irgendwas anderes. Ja, wie gesagt, wir haben ja überlegt, ob wir da den Bahnhof bauen. Aber den würde ich wirklich da in diesen Berg bauen. Ja, in den Berg kommt der Bahnhof, das auf jeden Fall. So, drei Holz. Ja, Koppelstone. Soll ich schon mal ein bisschen mehr Pistus machen? Ach ne, ich hab'n... Was? Du brauchst keinen Pisten, gerade? Äh, noch nicht, ne. Das dauert dann, bis ich Pistus brauche. Ja, ich hab grad eh nur für einen... Äh, ich mach mal den Weg vorm Haus weg, den find' ich irgendwie hässlich, ne. Jo. Den können wir wenn dann irgendwann mit Gravel machen, aber das ist mit dem hier irgendwie nicht so geil. Aber das du weißt, dass man die halt die Blöcke, die da dran stehen halt sieht. Das sieht halt vorm Haus mega hässlich aus. Also, keine Streifen was. Sollen wir jetzt, ähm, also wir haben jetzt drei Felder mit, äh, Weizen, sollen wir dann zwei Felder, wenn wir ne Karotte, äh, zwei Felder mit, ähm, Kartoffeln machen und eins mit Karotten? Ja, kannst du eigentlich machen. Äh, wo ist mein Stein hin? Hatte ich nicht Cleavstone? Ja, der ist bei Baumaterialien. Ach da. So... Ach, jetzt fehlt mir Redstone. Wie viel Clay, alter. Ähm... Ähm... Was mal... Ich mach mal die Pläts mal grad bei Dirt hidden. Ich freu mich schon dann, wenn wir Diamantschwerte haben, die so verzaubert sind, dass sie nur noch One-Hit machen. Oh, ich hab mal gar nicht groß rum überlegen. Von dem, äh, Skelett. One-Hit geht, glaub ich, gar nicht mehr. Nein! Oh, Mann. Zack, zack. One-Hit ging aber schon länger nicht mehr. Doch, schon. Nö. Also wenn du springst, Tritt machst dann... Also bei Tieren ja, bei, bei anderen? Ja, bei Viechern nicht mehr. Nee, nee. Viechern. Was soll ich gemacht, damit die Tür offen bleibt, hast du einen, äh, scheitert drüber gesetzt, oder? Ach so, der ist entscheidende. Du kannst doch theoretisch, ich weiß nicht, ob du das zumachen willst. Du kannst ja noch so ein... Ah, danke. Äh, du kannst ja auch noch so einen geheimen, ähm, Knopf, wo hin machen, den du irgendwie ganz, ganz oben betätigst und dann geht die Tür hier unten auf und dann ganz da rein. Nee, ich kann's nicht. Oder du es einfach unter die Türen, Redstone, Dings haben wir dann den Schalter nicht sieht. Also unter den Block, also unter den Block, wo die Tür draufsteht. So. Da einfach ne Redstone-Zucker runter. Ja, aber dann kann... Ja, aber dann kann... Dann muss ich die Redstone-Faktion immer abbauen. Guck mal, was hier steht, guck mal. Was ist das denn? Warte. Den war doch hier mit abzubauen, ne? Hallo. Nein. Boah. Boah. Schöner vor, man bräuchte, er hätte keine Abbau-Animation, ich müsste einfach nur einmal drauf holen, er wäre weg. Guck mal. Junge, ich setze jetzt sofort wieder da hin. Die haben die kaputt gemacht. Ah. So. Dann gibt's eigentlich... Äh... Ich weiß jetzt nicht, äh... Ich weiß jetzt nicht, äh... Es gibt... Was ist... Ich weiß immer noch nicht, was der Unterschied zwischen... Warte, wie heißen sie nochmal? Spender und... Wie heißt der andere? Werfer ist. Ist das ein Werfer? Ja. Was soll das denn sein? Der Werfer ist der alte, ähm... Dispenser. Dispenser. Und Spender ist irgendwie mit einem Redstone gemacht, das andere ist noch mit einem Bogen. Hä? Weiß ich nicht, was der richtige ist. Ich weiß nicht, was der richtige ist. Mann. Hä? Auf jeden Fall Steine. So. Ich hab so viel Müll wie der Minuta. Scheiße. Ich tu das mal so. Weg damit, weg damit, weg damit. Also. Ich bau die Blöcke. Genau. Dann bau ich das Threadstone zum Kabel verlegen. Dann zwei Repeater. Einen Piston. Schön, dass ihr so still seid. Ja, ich... Ich... Ich musste grad kämpfen, ja? Ich bau hier mal grade Blöcke ab. Ich mein so... Tut echt gar nicht. Auf jeden Fall... Wir haben echt ein Bossfight hier. Kiste hab ich auch noch zwei im Inventar, sehr gut. Dann hier, ähm... Baucht mal mit eins... Zack! 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 pic,ig... Ha被? Ja? Hab du noch nen Bogen den du nicht brauchst? Ähm... Hade ich grad eben den habe ich bei 9 Er woraufhin, nein. Ja kurv, nein! Scheiße... ja ich brauch zwei aber... oh dann wird's spät sonst könnten wir auch schon mal einen Amboss bauen oder? ich hab Fäden, wenn ich die draußen reinhau'n ja Fäden, genau also ich brauch zwei Bögen ich hab auch noch einen Faden, kannst du mir zuwerfen, wenn du jetzt hier reinkommst zur Tür ne, ich glaub so hol ich die neue Bögen juhu ich glaub irgendwie, dass man die 32 Chunks auf dem Nitrato-Server gar nicht sehen kann ich glaub die View-Distance ist bestimmt gelockt gelockt wenn das 32 Tanks sind, ist es echt wenig rein T-U-Riede, kann man das einstellen äh ich hab jetzt mal den ganzen Weg vom Haus weg gemacht wenn jetzt, wenn jetzt jeder hier was, was ich mich noch frage ist, es gibt ja jetzt auch rote Beete und sowas, ne? echt? also ich glaub das es rote Beete war auf jeden Fall noch was neues zum ernten ich weiß grad nicht, wie man es bekommt wahrscheinlich auch durch die, das Ende also fahr mal, ich hätte ne Idee nein komm mal grad vor das Haus, wenn du grad keine Zeit hast äh, wenn du grad Zeit hast wenn ich grad keine Zeit habe äh, warte, wie heißen diese Dinger, diese Auffänger da diese Trichter ah, Trichter, ne? boah, das ist lange her, da ich so viel nachgucken musste im Wiki ja, weil wir jetzt mit ganz vielen neuen Sachen was machen, die wir gar nicht kennen ne, so neu sind die Trichter ja nicht ja, wow, weil wir, Fabian, wann haben wir aktiv Minecraft gespielt, wo wir Sachen selber gefahren doch, ganz am Anfang bei Beta 1.8 oder so da haben wir, da haben wir Beta 1.3 also bei Beta 1.8 haben wir selbst sogar noch, äh, haben wir fast nur noch Kreativ-Modus gemacht nein doch, wir hatten eine Welt, da hab ich so ein riesen Spongebob-Gefängnis gemacht, weißt du noch? ja, ja, ich weiß mit den ganzen Hühnern und die Irrenanstalt, Junge ja, das war ne schöne Welt ja, ja aber die erste 1.8, weil die haben wir im 1.8 Pre-Release, glaub ich, gespielt ja oder, ähm, die erste, die andere Version hier, RK, RC oder so, ne? ja, irgend so und dann ging's irgendwann 1.9 Pre-Release, die niemals rauskamen, die 1.9, ja, das bestimmt was, kam die nicht raus? ja, die 1.9 kam nie raus es kam 1.9 Pre-Releasen raus dann kam irgendwann die 1.0 raus ja, ja doch gut, gut, Edebar gut, gut, Edebar äh, Paddy, du hast noch Schilder gemacht, ne? du hast ja gesagt, du hast Schilder gemacht, die sind ja auch animiert du müsstest eigentlich noch, du müsstest 3 rausbekommen haben oder hast alle davon benutzt? achso, ähm, ich guck mal in diese Krimskramskiste, die da draußen steht, ich glaube, da hab ich uns reingetan oder ich hab alle benutzt, ich weiß es nicht ne, das letzte, Quatsch, ne, das letzte hab ich benutzt, das hab ich, um Küche zu schreiben so, da soll ich mich wieder neu machen, ey, das ist viel zu viel Rohstoff und ich hier verbrauche ja, ein Stick 6 Holz ja, okay, aber wenn man bedenkt, dass ich etwas baue, wo ich nicht mal weiß, ob das überhaupt funktioniert ach, ach, ach ach, ach nein, ist es nicht okay ich hab das zu sagen wie macht man denn einen Button mit Cobblestone? äh, mit Schilder mit einem, ne? so, zwei Button brauche ich äh, und wie muss ich den, äh, reintun? was brauchst du von mir? ich? Brick, ja äh, nein, ich wollte nur wissen, ob du kurz mal vors Haus kommen kannst, dann kann ich hier was vorschlagen was denn? ähm, der See ist ja hier der See, ne? Der ist ja schön, ne? ähm, weil wir hier so wenig Platz haben, dass ich den hier cutte, oder? ne, ne, dann sieht er nicht mehr aus doch, klar, der ist doch noch groß genug nein, nein, der ist von Mini, denn nein, aber das wäre voll gut zum Angeln ich cutte den trotzdem was heißt, du cuttest den, du machst, du machst ja alles zu ja, hier mache ich Wiese hin, aber ich mache dann noch einen schönen Abgang, sodass es so aus wie der Richtige ist dann hätten wir hier Platz, weil hier haben wir, das Haus steht da, und dann haben wir einfach nur hier so, so ein Piss Ding ja, okay, stimmt auch ja, komm, dann mach schon mal aufgefallen, wie schnell die Rüstung jetzt kaputt geht keine Ahnung, die hat mir nur seine kaputte gegeben dann mache ich den Berg jetzt weg ich glaube, ich habe schon meine dritte Eisenrüstung, die jetzt schon was kaputt ist ja, bei mir ist das auch die dritte, aber nur, weil ich immer gestorben bin in der Lava ich habe meine erste Farbe gegeben ja wieder